Yasuo oder LeBlanc LeBlanc Junge, LeBlanc ist richtig gut Ich kann die nicht so gut spielen und ich hätte viel mehr Bock auf Yasuo Ja dann spielt Yasuo aber Yasuo seems lit it's lit fucking lit wenn der LeBlanc begegnet ihm ist, habe ich keinen Bock mehr ey Karin, ich bin gar nicht was sind das für Some Spells alter? was für frech und hier bist du ein Lappo wer ist denn ein Lappo? jeder nimmt dich, nein du wirst von hier nicht so viel haben ja Tom, du wirst mal ein Level 7 Token getrunnern wenn du Level 7 trunnern dann wirst du dann an friendly dich ich hätte keinen Bock auf an Level 7 trunnern Level wie oft hast du in der Zeit wo du drinnen gespielt hast rechtsklick gedrückt 6 games, also 6 mal insgesamt 6 mal rechtsklick gedrückt wer guckt denn bitte auf fucking runen in den normalen Jungs, warum seid ihr so scheiße langsam hallo das Game ist seit 10 Sekunden ich bin einfach gestartet und es ist auch keiner aus der Basis raus nein kann man offensichtlich ja nicht ich bin bei Sekunde 8 oder so aus der Basis gerannt komm invade invade direkt die erste, oh ich bin schon Level 2, cool du bist Level 4 ich bin Level Hurensohn ah ah ich komme nein ich wurde ignited fick meine Arschloch alter ich habe keinen assist ich habe nur glaube ich eine Person angegriffen ich habe keinen assist bekommen oh ich bin jetzt so ein OP Ding ich hoffe ihr habt jetzt von Meister gelernt wie man Harlan spielt das ist ja nicht so krass wir sind jetzt schon alle Level 6 auch nicht so lustig oh ich bin zurückgegangen ich weiß nicht mal warum was nein ich nein alter jezi wo ist er oh mein Gott alter hat mich outplayed komm her oh mein Gott afka du siehst ich habe ihn ein bisschen ignoriert glaube ich gerade alter don't hurt mir ins Pferd ach miss nein ich wollte ihn stehlen oh warte mal das ich habe gerade einen gefickt der im über krassen Hypermodus war holy shit was mit dieser Kette irgendwann mal falsch gelaufen ahaha der Dimmel alter der Z wollte mich hier gerade sehr respekten hat mich wohl und jetzt bin ich jetzt nicht gestorben ja easy lol bist du nicht irgendwie first time with Blanc oder so ja holy shit what what do you mean alter das nächste mal spring ich weg lieber Typical Kalix Damage alter oh warte mal da ist so ein Freak das nehme ich mir what do you mean I can't attack it okay weil ich muss doch wieder viel zu wenig oh oh wo war der dies denn so ähm warte der ist doch free alter ich finde die Musik ist richtig episch oh ich habe ihn oh guter Flash und Japan ist toll komm her holy fuck der K6 war auch noch da oh ok gegen 3 Leute lol ich habe 250 true damage von diesem Dimmel irgendwas bekommen mit Absicht getötet mit Absicht getötet Typical Tal und Höhlen habe ich gar nicht mit Absicht getötet ab ich habe ein Schreibtisch ich habe ein Schreibtisch ich habe ein Schreibtisch ich habe ein Schreibtisch mein Schreibtisch ist jetzt ein bisschen feucht geworden äh warum das äh ich habe mein Wasser passiert äh alles nass naja mach es gleich weg lol ist jetzt wichtiger warte mal kann ich das kaputt machen zwei Dappen werden befeuchtet ich kann die Scheiße nicht kaputt machen Manno ey Lee Sin was macht er eigentlich die ganze Zeit da der Lee Ficker er versucht um 1 gegen 3 irgendwas zu reißen oder I think this is my territory bye was ist mit dem Fisch lol da war ein Flash what do you mean what do you mean Mist 1 ey ich bin der krasse Oberficker ich war noch nie krasse Oberficker der rustet ja wann hast du gerade auch gekült oder guck durch diesen Rufensit an Wo ist das? Alter, wieviel hast du? Oh, ich bin auch so ne'n facker Boss. 650 Movespeed. Not bad. Blödi. Meins. Was für Herald war die Scheiße? AHHHHH! Was? Der taucht halt einfach aus dem Nirgendwo auf und ich bin tot. Meine Ult hat nur 27 Sekunden cooldown. Meine Ult hat 55 und ich hab schon... Meine Ult hat 52. AHHHHH! Okay, tschüss, sehe ich nicht an. OH SHIT! Ich glaube das war nicht so schlau da wieder rein zu gehen. Guck mal, ich hab trotzdem mehr Kills als Josef. Oh mein Gott, Alter, der deleted mich so hart. Oh, outplayed. Tschüss. Wir haben 120 Punkte mehr als die. Ja, aber wenn die den haben, haben die ja 2 gewonnen. Ist der falsche? Der wird von mir. AHHHHH! What do you mean? Ich hasse Ignite. What do you mean? What do you mean? Is Ronald double ignited? Ich hab 700 true damit ich mich in Ignite gefressen. LOL. Er hat nicht pustet. LOL. Jesus, ich hab uns grad das Game gewonnen mit dem Kill. Oh, was da denn? Und? Smited. Jesus. Wir haben zwar kein Smited, Summoner Speller, aber egal. Das war... LOL, ich hab ne Kiste. LOL, du, das verpressed, ich hab ne Abfluss. Wo ist der Unterschied? Ich hab 2... Ich hab ne Kill mehr. Paar Tode mehr. Ich hab ne C. Wo ist der Unterschied? Ein 1 PS. Okay, that is fun. Jill, wer war das? Loot! Diana. Open the chest! Oh, ich hab 8000 damage mehr gemacht. Danke, Rengar Champion Charge. Ich habe blaue Essenz. Wo ist der Unterschiede? ABAP Glaser. Gibst du mich verarschen? Hä? Ich wollt ihr jetzt spielen. Lass mich jetzt spielen. Nö, doch. Ich hab noch nicht gespielt. Ich, nö. Ich hab noch nie gespielt. Ich glaube, ich will jetzt für Redakte auftrage, dass ich gehört die Leute tippingen ja oder nicht. Ey, soll ich Katharina spielen? Na. Nö! Na? Katha? Es sind sechs wie uploadig. was bonito ist. ich hab' ich jetzt spielen, Junge. Ja, lass mich jetzt spielen, Junge. Ich will wen anders. Bist du eine Missgeburt, ne? Strike when ready! Brrrrrr! Was ist das One-Shot-Bild für Wenger? Infinity Edge und dann... Also zuerst Lofality und dann Infinity Edge. Also das, Duck and Dig Blade und dann Infinity Edge. Ja, Duck and Dust Blade, Jumo's Age of Nights, Infinity Edge. Und dann halt optional. Das klärt doch einfach die Scheiße. Hier ist ja nix. What the fuck? Easy. Ey, ich bin jetzt der speedy von Ranks und so. Easy, Rengar is busted! Irgendwie auf alle Supports bekommen, bin ich gut? Nee. Ah shit, ich muss... Scheiße. Hier ist grad der überkrasse Oberfiel kleiner hier. Easy. Jetzt geht's doch. Hahaha! Der ist in meine Scheiße ehrein geflasht! Hecks. Komm wir hin weiter, ja? Blödi, man hackt mich. Du Blödi, Jan. Jo, sie steilt auf K. Nice. Ich will was, ich will jetzt einfach... Ich saved your asshole! Nein, ist so all me, Junge. Ganz klar all me. Nooo! Alter, wie viel hab ich gefarmt? Was ist das? Lol, ich hab so'n Blattwix. Was ist das? Das ist so richtig okay. Das gibt dir übel viel Move und Speed. Sollte ich jetzt rein gehen? Ja. Ja, geh rein. Ja, dein nächste Auscheck macht... Ey, du musst R drücken dabei. Weil dein nächster Auscheck macht richtig viel Schaden. Und das mit Rengas E kombiniert... Ähm, mit R kombiniert... Ist einfach ne Teufel... HAAAAAAA Die fucking... Holy shit! That's called Riot. Und ich bin okay. Oh. Das war alles geplant. Schau mal so'n Dämonen toll, dann geh ich wieder rein. Ah, Bellenist. Ja, ich bin wohl schneller als du. Bleib hier! Hm? Was? Ich werd gebürstet as fuck! Das ist schneller, hm? Nee. Tschüss. Das geb ich mir nicht mehr. Lol, ich bin irgend so'n Dämonen. Nein, er ist weggesprungen! Warum kommt das genau, wenn ich Recall'n wollt? Alter, richtig behindert. Tschüss. Wo ist der Sett hin? Ich bin weg. Da ist der Sett hin. Holy shit! Ich hab 850 Movespeed! Kommt her! Komm her, Sett! Der offene Cutter darf ich auf 6. Der Modus ist schon geil. Okay. Da, Evelyn! Fick dein Arschloch! Oder was? Wieder gar nicht. Holy shit! Was machen wir denn, wenn ihr crit? Da wir schon gewonnen haben! Rengo macht Spaß! Oh! Hey, Tietch, du mal Rengo und ich Casix! Es Minus! Easy! Rengo macht Spaß! Aber eigentlich wollte ich Sett spielen! Ja, ne Spiel doch Sett, seit das ist ein Modus auf dem Block, eh! Jungs! Phantom Lancer Echo ist zurück! Holy shit! Ich dachte, ich kann W reaktivieren! Aktion, Reaktion! Oh Gott, ich hab' noch... Ach, Smartcast! Oh! Das ist ein Lappen, Alter! Der hat nichts getroffen! Ich bin jetzt der überkrasse Oberficker! Lol! Ah! 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 Man! Diese Schmix Puppen! Ist das wirklich Api Shaco, by the way? Infakt! Ja, aber das ist normal, dass wir noch hier die Landzeit noch kennen! Oh! Warum gehst du zurück? Ich wusste nicht, dass der Fisch da auf mich wartet! Es ist halt einfach okay, es ist halt... Ich werde wieder da! Alles ich! Alles ich! Alles all me! Soll ich wirklich hier die A-Boots holen? Nein! Du fasst dich nur! Okay! Nur der Typ prankt dich gerade noch! Prankt! Junge, ich prank jetzt den Shaco, Alter! Pranker! Wo ist er? Thunderlords hat genau denselben Scheiß-Cooldown! Loll, er ist... Nein, er ist jetzt dieses Dämmen-Wichs-Ding geworden! Der will doch nur seine Scheiß-Puppe hier neben mir zum Explodieren bringen! Ne? Ich bin grad ein bisschen anders hier! Oh, ich hab ihn noch! Wird noch! Ich hab Ulti! Ich kann was machen! Ich hab Ulti! Ich kann was machen! Ich hab Ulti! Ey, die, ähm... Evelyn, sie wird gleich zum Oberficker! Ich war grad Oberficker, wir sind gestorben! Evelyn Oberficker! Loll! Wurde halt trotzdem vom Shark gefressen! Ich wurde nicht gefressen, ich wurde nur angegriffen! Toller Oberficker! Wurde halt alles wieder! Wurde! Ich komm gleich zum Oberficker! Ohも, da fehlt mir mal ein scheiß Teil! Lodevul! Ich bin der Oberficker! als ob der noch lebt also holy shit also ist wirklich der mitsch der echo ist gerade in die drei schafkuchen wixpuppen zurückgeultet warte mal du bist der echo meine fresse egal wo ich hinlaufe überall ist eine schakobox LCS hat bis dahin wer hat gespielt und jedes Mal war ich ok ok übel zart gekarrikt holy shit Chaco macht 700 Damage mit einem Pointing-Clicks wenn ich liebe es Leute haben gewonnen warum sind wir so wenn es meint weg du weißt ich wie ich gesmultet habe, manche haben hier nicht gefunden nein nein zweitmeisten Damage, keine Ahnung wie ich das geschafft habe